In welcher Himmelsrichtung sollte man ein Freebid aufstellen? Das ist am besten, wenn ihr die Frontseite, also die abgeschrägte Seite, Richtung Süden stellt. Also dort ist Süden, hier ist Norden. Der Vorteil hat, die Sonne kommt schön hier tagsüber rein. Es ist abgeschrägt, das Wasser kann ablaufen und von hinten, von der Nordseite, kommt nicht zu viel Licht ran. Also immer ein Freebid aufstellen, sodass es mit der abgeschrägten Seite Richtung Sonne, Richtung Süden steht. Lasst ein Abo da für weiteres Wissen auf Zusch im Garten.